Willkommen zurück und es geht auch direkt los. So jetzt gucken wir mal. Wir sind auf Höhe 73. Wir müssen dann auf 24 runter. Wir haben übrigens fast die gleiche Reichweite hier. 2056, muss das noch ein bisschen weiter. Das heißt hier ungefähr, wenn ich mich hier nach unten grabe, genau genommen hier, kommt sogar fast hin. Genau hier und 1074, das heißt ich muss nochmal ein bisschen nach da. Genau, ein bisschen hier, 46. Genau hier ungefähr, wenn ich jetzt hier nach unten grabe, dann werden wir da unten ankommen. So. Wir haben natürlich keine Leiter mit, das ist wichtig. So, wir sind da für 59 angekommen. Ihr merkt, wie tief das ist, ne? Ja, es wird dauern. Richtig dauern. So, runter. Habt ihr nicht gesehen? Das trifft es eher. Oh Gott. Notensicherheit. Ich habe keine Lust gegen 4 zu kämpfen jetzt. So. Wir sind da für 44. Wir sind fast da. Jetzt wisst ihr, warum ich das so gemacht habe. Was soll die Sonne von oben? Ich habe mich gerade gewundert. Was ist denn das für so Dingens? Gut, ich hätte die Höhle jetzt erkunden können oder den, die Mina war im Schmerz. Hey, wir sind da. Wir haben erfolgreich einen Tunnel gegraben. Das bedeutet, hier werde ich das dicht bauen. So. Wie schnell der Lichteinfall ist da. So, machen wir HDR-Effekte hier. Ja, ne? Ist ja geil. HDR-Effekte. So, wir haben uns durch mehrere Stacks Dingens gegraben. Und ich würde sagen... Ohne jetzt groß was zu machen, würde ich sagen, gehen wir mal ein paar Schienen holen. Dann fangen wir schon mal an mit dem Weg hier. Oh, dann müssen wir nicht schon mal laufen hier. Jetzt mache ich aber auch die Monster aus. Klack zum Messerspiel. Lauter als vorher. Nö. Eigentlich wie immer. Dü, 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 und wir haben die Schablon eingehalten. Das ist gut. Weil wirklich ist zu lang, um hin und her zu laufen. Das ist fast nicht tragbar. Ich würde schon vorschlagen, dass wir erstmal ein paar Steine schmelzen gehen. Nebst Eisern und Gold. Ja, wie schön wäre es, wenn wir jetzt Teleport hätten. Wäre schon geil, ne? So, zack. Wir müssen eigentlich, glaube ich, schon, äh, meine Erinnerung nach, Steine drin haben. In diesem... Nein! Schmeiß ich mein Essen weg. So. Sind denn hier schon ein paar... Ne, es ist Glas. Toll, ich habe 20 Tonnen Glas gebaut. Und geschaffen. Natürlich nicht... Natürlich sehr, sehr gut. Ich muss erstmal das Stein loswerden, ja? Alter, wie viel Glas. Okay, Glassorgen haben wir nicht mehr. Die gehören der Vergangenheit an. Dann können wir mal eben das Glas wegräumen. Und dann gucke ich mal, was wir an Rheinstein haben. So. Na, da war Eisen. Und Gold. Gut, Material haben wir definitiv genug, würde ich sagen. Also wir haben ganz viel Eisen. Alter Jesus. Das ist laut. So, Moment. Schon besser. Das ist nicht immer so laut, seine Musik hier. Wir haben genug Eisen für Material or Mass. Und ich glaube auch, die Glowstones, die wir haben, werden schon eine Weile erreichen fürs Leuchten. Aber nicht alles. Das heißt, das wird noch eine Weile dauern. Kohle habe ich auch. Ich habe noch viel Rheinstein. Ne, ne, da müssen wir sowieso wenigen Glowstones. Äh, ein bisschen von dem Steinziegeltreppen habe ich auch. Und auch ein bisschen davon. Das ist das, was ich brauche. Dann würde ich sagen. Ach, ich muss mal ganz dringwohin. Ja, ja, ist ja gut. Ich gehe mal hierhin und sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Danke. Alles klar. れて Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!